Ein Fotoshooting in einem Kino funktioniert nicht? Doch und zwar für die Modeseiten der Promenade mit Kleidung aus dem Modehaus Hartke und Hinners Haus der internationalen Mode. Das Kapitolkino in Lohne stellt uns nicht nur die Location, sondern versorgt uns auch mit reichlich Popcorn. Wir haben nicht nur einen Saal für uns, sondern das ganze Kino, also können wir uns mit Fotograf André Wempe und den Models austoben. Die neue Ausgabe der Promenade erscheint im Februar 2018. Musik Untertitelung des ZDF, 2020